mir so haben letztlich um sand um kommst du um das kräfte er hat schwarzposer weder ich glaube ich werde ich mich am tag auch mal kurz zurückbegeben und noch ein paar tools zu holen ich glaube das wäre mal sinnvoll so so warte ich ihm auf ein stück und dann mache ich mir nur spitz und zack 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 so ein bisschen licht rein und ich werde auf jeden fall noch ausbauen viel größer hier und dann kein holz mehr sauber was ich jetzt mache ist welcher seite komme ich laufen da hier runter kennen wir alle schon oh mein gott jetzt mal ehrlich wie komme ich jetzt hoch ich bin oben da war ein creeper hinter mir gar nicht erst umdrehen dann nehme ich noch weil hier so viele scharfe so ein bisschen Wolle mit noch so wenig weit leute aber das wird noch ist jetzt egal ich muss erst raus wenn ich das wieder finde ich will doch nur nach hause ich glaube ich gehe den falschen weg Leute ich weiß nicht mal nach hause den Weg ich weiß nicht mal nach hause das ist kacke ja Hm. Da kann ich jetzt einfach mal ganz gerade nach oben, weil... Da muss ich mein Haus irgendwie wiederfinden. Hm. 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 Guck mal, der See links oben sieht aus wie ein Herz. Jetzt gehe ich einfach mal in diese Richtung hier weiter. Töte ein paar Schweine. Äh, damit ich was zu essen hab. Und der hat nix gedroppt. Nix. Gar nix. So, jetzt können wir wieder laufen. Hoch. Wenn ich zu Hause angekommen bin, irgendwann mal, werde ich wahrscheinlich erstmal da bleiben, bis ich die Minimap hab. Einfach, ähm, weil ich kein Buch hab, mich zu verlaufen. Was ich aber grad trotzdem tue. Kann ich auf irgendeinem Baum irgendwie mal? Hier. Da. Ja. Wie man sieht, sieht man nix. Hiermit beende ich mal die Aufnahme. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hi Leute und willkommen zurück zu Minecraft. Ja, diesmal mit einem neuen Texture Pack. Irgendwie verwirren mich grad die Blätter, so. Ja, und wie ihr schon seht, oben rechts, ich hab die Minimap wieder. Und, ähm, da geh ich erst mal nach Hause, um einfach noch mehr Sachen zu holen. Da ess ich mal kurz. So. Im Dschungel, da werden wir auch noch weitermachen. Ich muss nur eben erstmal nach Hause ein paar Sachen für das Haus im Dschungel holen. Und, ja, äh, die Wapons sind ja noch drin und deshalb wird es nicht so schwer sein, ähm, das Haus wiederzufinden. Einfach eben folgen hier. Moment eben. Leckt grad ein bisschen. Ja. Oh. Ähm, nein, 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 nein. Dürfte nicht mehr so weit sein. Aua. Da ist das Haus doch schon. Boah, sieht das scheiße aus mit dem Texture Pack. Bah, das ist doch kein Clean Stone. Vor allem das hier ist Cover Stone, das sieht fast gleich aus. Ich mach wieder das, wobei das Holz ist, finde ich schon. Das Holz finde ich geil, irgendwie. Vielleicht mixe ich das noch. Das Holz mit dem... Ich, äh, wechsle das Texture Pack. Bis gleich. Willkommen zurück, Leute. Ich probiere hier grad ein bisschen rum mit den Texture Packs. Das hier gefällt mir jetzt auch nicht so. Was ist das hier jetzt? Ach so, ist das... Ach, das ist Stein. Ach so. Oh. Na, sieht schon alles... Gott. Na, ich probiere hier nur ein bisschen rum. Naja, geht, ne. Geh ich mal schlafen. Ich werde vielleicht mal ein bisschen mit dem jetzt tocken. Ähm... Ihr wolltet ja nicht, dass ich das alte drin lasse und... Tja, wir könnten auch mal Vorschläge machen, welche ich jetzt nehmen soll. Welche gut findet, was ich nehmen könnte. Ich würde die dann auf jeden Fall mal ausprobieren. Ähm... Und was ich jetzt möchte ist... Ähm... 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 Habe ich hier... Habe ich hier... Habe ich hier... Das... Ähm... Holz... Dort... Diamanten... Wo sind meine Diamantenwerkzeile? Ach ja, und ich habe Minecraft wieder auf Englisch gestellt, weil ich einfach... ja, ich habe die Begriffe so im Kopf auf Englisch und... Aber ich hatte doch noch... Ich hatte doch noch... So... Ja, Mann... Ach hier... Ah... Heißt das jetzt nicht mal Schaufel? Okay... Ähm... Wolle... Apfel... Zeppling... Oh Mann... Was brauche ich denn? Ich weiß es gar nicht... Wolle... Apfel... Dem Essen... Vielleicht... 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 Boah... Ich habe keine Ahnung... Leute... Kein Plan... Ehrlich... Was ich jetzt machen kann... Aber... Hier fehlt doch... Wo ist das denn... Nicht mehr hier... Ich such gerade... Okay... Hier ist eine Eis... Ne... Zwei... Diese... Hacke... Zum Feld... Ich glaube die ist weg... Die Hau... Genau... Geh ich mal hier hoch... Ach komm so... Ach hier... Türen back hier... Ja... Wieso geht das denn nicht mehr mit den Türen? Naja... Geht nicht mehr... Okay... Dann brauche ich das auch gar nicht versuchen... Dann werde ich das jetzt hier offen lassen... Hier werde ich jetzt so einfach eine Tür hin... Ach... Was mache ich denn? So... Dann muss ich das alles mit Hand machen ab jetzt... Schade... Aber... Was soll man machen? Ähm... So... Zack... Zack... Hier... Das brauche ich alles nicht...